Liebe Kinder und Eltern, jetzt lebt das aus Heidi glücklich beim Alphöi, bei der Grossmutter und natürlich beim Geissenpeter. Und den haben wir heute zu uns ins Goet-Mittwoch-Studio eingeladen, quasi als Trostpflästerli, weil es Heidi ja heute zum letzten Mal gekommen ist. Hallo Peter. Grüezi, guten Abend liebe Zuschauer. Du hast uns noch am Besuch mitgebracht, wer ist denn das? Das ist der Willi und sein Junge, der Stefan. Und die waren dabei im Film? Ja, gehören die dir wirklich oder haben die einfach mitgemacht? Nein, daheim haben wir noch 16 Geissen. 16 Geissen, die du alle hütest, alle in dieser prächtigen Alpenlandschaft vom Oberengadin. Dort ist ja das Heidiland. Ja, alles ist drauf. Der Geist, die Alpenhütte und das Dörfli. Kann man den sehen? Ja. Und jetzt, liebe Mädchen und Buben, müssen gut aufpassen. Gop offeriert nämlich Gratisferien im Heidiland. Und zwar im Gop-Hotel Bellevue in St. Moritz. Sieben Tage lang hat das Jüngste der Familie, also es kann bis zwölf Jahre alt sein, im Hotel alles gratis. In Begleitung von den Eltern natürlich. Also, schreibt an das Gop-Mittwochstudio, Heidiland, Postfach 4091, Basel. Oder was ihr auch machen könnt, schaut in der Gop-Zeitung von dieser Woche. Da steht auch alles ganz genau drin. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Danke für den Besuch, Peter. Ciao. Ciao. Und kommen doch auch ins Heidiland. Aber wir sollten jetzt wirklich weitermachen bei uns im Gop-Studio. Wissen Sie Ihre Kragennummer? Also ich nicht. Denn meine Frau macht es wie die meisten. Sie bringt mir meine Hempe nach Hause. Und was liegt ein bisschen näher, als die Herrenhemper bei Gop einzukaufen? Dort, wo man ja alles bekommt, was man so täglich braucht. So denkt in der Schweiz jede dritte Frau und nimmt bei ihrem Lebensmittel-Einkauf gerade noch eine so eine angenehme Überraschung für den Mann mit Hause. Gop ist eben nicht nur Ihre Spezialist für Lebensmittel, sondern bringt auch bei Haushalt und Bekleidungsangebote Leistungen, die ihr Vertrauen verdienen. Denn bei Gop sorgen geschulte Fachleute für den Einkauf und werden Berater von Modespezialisten aus Paris. Darum können Sie sicher sein, ein Hemd von Gop ist ein Schnitt und Dessin modisch aktuell, wie zum Beispiel das Modell da. Das gibt es jetzt bei Gop zu einem erstaunlich günstigen Preis. In einer Spitzenqualität, nämlich 100% Bauern und mit einer praktischen Brusttasche. Oder das da mit dem klassischen Streifendessin, ebenfalls sehr pflegeleicht, dank der idealen Kombination von Baumwolle und Polyester. Alle die Qualitätshemper, nämlich vier Modelle in elf Farbvariationen, gibt es jetzt in Ihrem Coop-Center oder im Coop-Warenhaus. Zu wirklich erstaunlichen Preisen. Achten Sie auf Plakate an der Coop-Schaufheister. Aber jetzt noch etwas Praktisches für uns Frauen. Bei den Coop-Schaufheistern gibt es die richtige Strumpfhose. Besonders beliebt ist die Avela Boni. Sie hat einen verstärkten Slip mit Spickel. Ebenfalls verstärkt ist die Fersen, die Sohlen und die Spitzen. Bei Coop gibt es für jeden Wunsch die richtige Strumpfhose. Avela Golette mit verstärktem Slip ohne Naht. Oder Avela Sibyl mit einem besonders breiten Spickel. Und für die Frauen, die besonders viel auf den Beinen sind, die Stützstrumpfhose Avela Belleform. Alle die Strumpfhosenpreis schlagen, sind auf diesen Plakaten an den Coop-Läden und Coop-Warenhäusern. Und wieder schauen wir miteinander. Am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Und hier noch die besonders günstigen Preisen der Hemli, die wir Ihnen gerade gezeigt haben. Das Hemli in diesen verschiedenen Unifarben kostet nur 17,90 Euro. Das mit dem Fantasiemuster nur 22, das Karrierte Hemli nur 19,90 Euro. Und das mit den feinen Streifen nur 29. Und bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 1 kg ausländischen Bienenhonig Floramiel statt 4,60 Euro nur 3,75 Euro. Die verschiedenen Arnischocken kosten jetzt bei Coop 20 bis 30 Rappen weniger. 500 g ausländische Boulet Pfannenfertig und Tiefkühlt kosten nur 1,70 Euro. 500 g Coop-Jogurt Natur kosten nur 60 und mit Früchten nur 90 Rappen. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag kostet der Liter Himbeersirup nur 2,75 Euro. Als aktuellen Preisschlager finden Sie die Küchenrolle, die Packung an drei Rollen für nur 2,20 Euro. Alle die Angebote ab morgen in allen Coop-Läden. Musik 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 Musik